Das ist ja gemeingefährlich. Raus auf die Flanke. Die Flanke ist keine Gefahr. Er trifft ihn. Da ist es passiert. Sehr viel besser kann man in eine zweite Hälfte nicht starten. Aber jetzt braucht er jemanden der ihm hilft. Er zirkelt ihn rein. Auf den Kopf. Lavecci. Das ist das Tor des Jahres. Ich verspreche es euch. Raus nach innen. Super, super, super Lavecci. Doch, die liegen ja los wie die. Sie wissen schon, diese mit den roten Autos. Die Flanke. Die Flanke. Die Flanke. Die Flanke.